So meine Freunde, seit dieser Woche ist Valorant nun für jedermann verfügbar und aus diesem Grund habe ich für euch heute nochmal 5 essentielle Einsteiger-Tipps, die euch das Tutorial auch nicht zeigt oder erklärt und viele Spiele auch gar nicht wissen oder umsetzen. Und glaubt mir, auch wenn ihr in der Closed Beta gespielt habt, werdet ihr heute garantiert noch was lernen können. Starten wir also mit dem ersten Tipp und hier würde ich gerne auf den Sound eingehen. Sound spielt in Valorant nämlich eine super wichtige Rolle und wird vor allem von den Neuansteigern meistens unterschätzt. Denn allein durch die Geräusche kann man schon enorm viele spielentscheidende Informationen erhalten. Das bedeutet also auf der einen Seite, dass ihr durch die Geräusche allein schon identifizieren könnt, wo die Gegner gerade sind, aber auch was sie gerade machen. Haben sie vielleicht gerade eine Fähigkeit benutzt oder laden sie gerade nach? Dementsprechend könnt ihr dann auch wieder euren Spielstil anpassen, sodass wenn ihr beispielsweise hört, dass der Gegner gerade am Nachladen ist, ihr in dem Moment pushen solltet, da ihr gerade eben das Magazin wechselt und nur sehr bedingt zurückschießen kann. Auf der anderen Seite gilt das Ganze aber natürlich auch für euch, euch immer zu überlegen, welche Geräusche ihr von euch gibt. Das heißt, manchmal ist es sogar besser eben nicht nachzuladen, damit der Gegner nicht weiß, wo ihr euch gerade befindet. Und was viele Spieler im Übrigen auch nicht wissen, ist, dass bei jedem Sound, den ihr macht, sei es eure Steps beim Laufen, das Nachladen eurer Waffe oder der Sound von irgendeiner Fähigkeit, euch immer auf der Minimap ein weißer Kreis angezeigt wird, der symbolisieren soll, bis wohin man eure Geräusche hört. Und das Aktivieren eurer Ultimate hört man im Übrigen immer über die gesamte Map, egal wo der Gegner steht. Sprich, die Gegner wissen immer, wer von euch gerade seine Ultimate benutzt hat. Achtet also darauf, welche Geräusche ihr von euch gebt, damit der Gegner nicht immer direkt mitbekommt, wo er euch gerade auffällt, beziehungsweise nicht weiß, wenn ihr rotiert, etc. Wenn ihr euch im Übrigen zum Sound auch nochmal ein eigenes Video wünscht, dann lasst mich das gerne wissen. Ich hätte wirklich sehr viel Spaß daran, euch darüber nochmal ein bisschen mehr zu erklären. Kommen wir damit also auch schon zum zweiten Tipp und dabei möchte ich darauf eingehen, dass ihr einfach mal jeden Agenten gespielt haben sollt. Klar müsst ihr erst die ganzen Agenten freischalten, jedoch solltet ihr auch jeden Agenten mal gespielt haben oder euch zumindest mal in der Practice Range angeschaut haben. Ihr werdet über die Zeit völlig natürlich einen Lieblingsagenten haben, den ihr gerne spielt und der dann euer Main wird. Allerdings ist es auch super praktisch, auch die Agenten mal selbst zu spielen, die man nicht spielt, um ihre Vor- und Nachteile zu erkennen. Denn dieses Wissen hilft euch dann wieder, wenn ihr auf eurem Main gegen diese Helden spielt. Beispielsweise werdet ihr als Phoenix höchstwahrscheinlich, wenn ihr um eine Ecke geflasht habt, immer pieken. Wenn ihr das verstanden habt, fangt ihr an, wenn ihr gegen Phoenix spielt, immer dann direkt in die Ecke zu schießen, wo der Flash herkam, in der Hoffnung, ihn vielleicht trotzdem zu killen, wenn er piekt. Noch ein Beispiel wäre der Teleport von Omen. Omen-Spieler teleportieren sich nämlich sehr gerne mal in ihre eigene Smoke, damit sie euch von hinten oder der Seite flanken können. Wenn ihr das wiederum verstanden habt, fangt ihr an, sobald ein Omen eine Smoke vor euch platziert hat, diese erstmal zu checken und so weiter. Mit dem dritten Tipp will ich aufs eigentliche Schießen eingehen. Und zwar geht es dabei um das Crosshair Placement. Bedeutet kurz gesagt, wo ihr euer Fadenkreuz platziert. Das Fadenkreuz ist nämlich dabei ein Indikator, wo ihr hinschießt, zumindest in der Regel. Über das Aimen wird auch nochmal ein ausführliches Video kommen, da das Ganze wirklich ein sehr komplexer Themenbereich ist. Wichtig ist mir jedoch, dass ihr nicht auf den Boden schaut. Dort findet ihr nämlich weder Gegner noch irgendwas anderes, was euch helfen könnte. Und das machen neue Spieler sehr gerne. Das Ganze ist jedoch sehr problematisch, denn wenn dann ein Gegner auf euch zukommt, müsst ihr erstmal euer Fadenkreuz nach oben ziehen, um ihn überhaupt zu treffen. Und das bedeutet, dass ihr einfach wertvolle Zeit verliert, die euch den Tod kosten kann. Im Gegensatz dazu erkennt ihr gutes Crosshair Placement daran, dass das Fadenkreuz immer an der Stelle auf Kopfhöhe ist, wo der nächste potenzielle Gegner sein könnte. Im Hintergrund seht ihr da mal ein Beispiel, wie ich ausnahmsweise mal ein sehr gutes Crosshair Placement hatte und damit immer direkt auf Kopfhöhe war und damit einfach nur noch einen Schuss abgeben musste, damit die Gegner einen Kopfschuss von mir bekommen. Das Crosshair Placement ist also einer der wichtigsten Aspekte, wenn es darum geht, den ersten Schuss zu landen, beziehungsweise damit dann eben halt auch den Gegner zu töten. Allerdings werdet ihr auch merken, dass ihr immer mal wieder mit eurem Crosshair auf Brusthöhe seid. Erinnert euch also immer mal wieder selbst daran, weil es auch völlig natürlich ist, das Crosshair wieder auf Kopfhöhe zu halten und auch bei vertikalen Höhenveränderungen entsprechend anzupassen. Des Weiteren habt ihr in Valorant auch die Möglichkeit, und damit kommen wir auch schon zum vierten Tipp, auch durch Wände oder Objekte hindurchzuschießen. Und die dahinter stehenden Gegner zu treffen. Ob das Ganze funktioniert, hängt dabei jedoch von zwei Faktoren ab. Erstens, durch welches Material schießt ihr? Durch Holz könnt ihr beispielsweise immer schießen, während es durch Beton oder Metall nur bedingt möglich ist. Und hier kommt der zweite Faktor zum Einsatz, und das ist eure Waffe, mit der ihr schießt. Im Kaufmenü bekommt ihr dabei im Übrigen auch immer angezeigt, ob eure Waffe eine hohe oder niedrige Wandpenetration hat. Sprich, wie gut ihr damit durch Wände bzw. Objekte hindurchschießen könnt und wie stark oder schwach der Schaden reduziert wird. Falls ihr euch jedoch nicht sicher seid, ob ihr durch eine Wand oder Objekt hindurchschießen könnt, dann könnt ihr das Ganze an den Einschlagslöchern erkennen, die als Indikator dienen sollen. Habt ihr dabei ein richtiges schwarzes Loch in der Wand oder im Objekt, könnt ihr hindurchschießen. Habt ihr stattdessen nur ein paar Risse, geht das leider nicht. Und mit dem fünften Tipp kann ich euch nur auf den Weg geben, dass ihr bei Valorant echt verdammt viel übers Zuschauen lernen könnt. Sei es jetzt ingame, wenn ihr euren Freunden zuschaut, weil ihr eventuell schon gestorben seid. In dem Video, was ihr hier jetzt gerade seht, in dem Sinne dürft ihr natürlich auch gerne den Kanal abonnieren, wenn euch das Ganze gefallen hat. Oder auch, wenn ihr euch gerade einen Livestream auf Twitch anschaut. Im Stream dürft ihr dabei natürlich auch gerne vorbeischauen. Heute Abend werden wir wieder Valorant zocken, ab 19 Uhr geht's los. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. In diesem Sinne hoffe ich, euch hat das Video geholfen und wünsche euch viel Spaß beim Zocken, meine Lieben. Haut rein!